Dann gibt es einen Neuanfang bei Krankheiten. Also, und zwar nicht eine kleine Erkältung, sondern du wirst richtig krank. Und die Ärztinnen und Ärzte weisen dir nach, dass du falsch gelebt hast und dass du deshalb so krank geworden bist. Und dann gibt es zwei Fehlentscheidungen. Die eine, meines Erachtens, die eine kann darin bestehen, es nicht zur Kenntnis zu nehmen, also zu sagen, ich mache einfach so weiter. Die anderen kann darin bestehen, es zu sehr zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, sein Leben nicht mehr zu genießen, sondern so einspurig zu verbringen, nur noch nach bestimmten Vorbehalten, beim Essen, beim Trinken, beim Bewegen, beim Schlafen, in allen Bereichen, dass du eigentlich kein Vergnügen mehr hast am Leben. Und beide haben eines gemeinsam, sie führen konsequenterweise zum Tod. Das eine etwas früher, das andere etwas später. Na gut, zum Tod für konsequenterweise immer alles. Ich kann mich noch an keinen Menschen erinnern, der übrig geblieben ist. Aber trotzdem finde ich das interessant, dass man da das richtige Gefühl für Entwicklung muss. Neuanfang, aber nicht überziehen im Neuanfang, also den Genuss nicht vergessen. Dann haben wir das andere Mal. Ich kann mich noch vorstellen, das ist wichtig. Dann kommen wir das andere Mal. Und das ist eine andere cookie, die ich mir klang, dann können wir es dann auf die Karte essen. Ich sollte es nicht mehr so als ob die Karte negrautig sein. Und ich muss jetzt nur noch an den Kopf nehmen, weil das andere Dinge machen, Und ich kann mich so, wenn das andere Dinge sagen,